ja herzlich willkommen zu einem neuen video auf der suche nach der wahrheit die hier auch irgendwo in der mitte liegt wir sind hier bei einer tageszeitung der jungen welt ziemlich unbekannt aber auch sehr lange existent anscheinend 1947 ja es geht hier um japan und es interessiert so die massenmedien nicht so wenn man jetzt f.at guckt da steht erstmal nichts großartiges drin auch welt.de alles folge pflastert mit ukraine etc wo man hinguckt aber man sollte diese sache mit japan immer beachten auch im zweiten weltkrieg hat japan eine gewisse rolle gespielt anfangs wahrscheinlich auch sehr sehr unbeachtet und als deutscher hat man da nicht so wahrscheinlich richtung japan geguckt gut es war eine andere zeit da gab es noch nicht instagram youtube telegram hast du nicht gesehen aber in zeiten wie diesen ist es sehr sehr interessant es geht hier um südkurillische inseln gucken uns auf der mappe an hier das große land russland hier japan es ist alles etwas eng als man glaubt auch hier ist china ja sind natürlich ein paar kilometer dazwischen aber es sind halt psychologische nachbarn und auch die kurillen hier ist die russische halbinsel und hier geht es schon los mit japan und da streitet man sich schon seit gefühlten ewigkeit und es geht wie immer um rohstoffe es geht um öl erdgas importe etc da wird halt richtig gas gegeben der premierminister shin zu aber der gefühlt eine ewigkeit prämierminister in japan war der ist ja glaube ich letztes jahr jetzt zurückgetreten sein nachfolger ist kishida und der möchte jetzt stärke demonstrieren das ist ganz gefährlich wenn einer stärke demonstrieren möchte und shin zu aber war so ein älteres semester so ein bisschen männliche gegenpart von angela merkel auch lange im amt und hat halt die beziehung zwischen putin sehr solide geführt man hat da eigentlich nie großartigen stress gehört obwohl man in der geschichte beachten muss dass japan auch mit russland immer wieder bisschen im clinch lag mal mehr mal weniger und es war ziemlich ruhig und hier sieht man auch das säbel rasseln japan wand regelmäßig vor der möglichkeit china könnte in taiwan an einmarschieren auch taiwan ist noch so ein kleiner schlüsselfaktor da ist es momentan ziemlich ruhig geworden weil alles sich alle augen auf ukraine gerichtet sind also sind mehrere pulverfässer momentan die eskalieren könnten ukraine ist eigentlich meiner meinung fast schon noch das geringste weil das sehr europäisch angehaucht ist aber wenn einmal die chinesen in diese ganze geschichte eintreten und die japaner wieder ihren samurai style kamikaze style entdecken dann könnte es problematisch sein also hier steht halt auch drin ja wegen den russischen öl und erdgas importen können die halt auch nicht wirklich großartig verzichten haben aber auch sanktionen gegen russland gestartet der aktuelle premierminister soll sehr beliebt in den letzten vier wochen also quasi seit kriegsausbruch seine umfragewerte leicht gestiegen 86 prozent befürworten die sanktionen 30 prozent gaben sogar an dass die japanische regierung die maßnahmen nochmals verschärfen sollte naja was kann japan ein land japan noch mehr verschärfen das geht schon in dem man wahrscheinlich militär zur verfügung stellt etc dann steht hier noch drin dass da vor allem die japanische kommunistische partei eine harte haltung gegenüber moskau hat ob das jetzt so richtig ist kann ich jetzt nicht beurteilen aber auf jeden fall interessant das ganze thema hier mit den japanern und das könnte noch eskalieren wegen ja man sagt immer doofe inseln oder sowas das streiten sich aber das ist da in asien seit ewigkeiten und es ist extrem nach dem zweiten weltkrieg geht es da richtig zu auch wegen den philippinen und anderen inseln die da irgendwo im meer herumschwellen wenn man guckt bei china gibt es ja auch dutzende inseln irgendwo ja da ist ja auch eine japanische insel mikai oma ziemlich nah an taiwan das ist alles eng als man glaubt nur weil eine insel in der nähe ist und das kann dann schon problematisch alles werden in naher zukunft und das problem ist halt auch wenn man da jetzt guckt das war ja schien zu aber ein etwas älteres semester was er oft nicht verkehrt ist wirkte halt auch viel besonnener und viel ruhiger agierender ähnlich wie die merkel muss man ehrlich zugeben dass es so wie es ist jetzt im nachhinein betrachtet wo sie weg ist muss man zumindest außenpolitisch sagen dass sie da echt viel zusammengehalten hat gerade bei diesen großmächten es war eigentlich 16 jahre lang so richtig ruhig und wo ich drüber gestoppt also kishida ist ein gewisses ticken jünger und auch er hat jetzt 100 millionen dollar er musste sich hier registrieren was die japan times die englische ausgabe hier kann man es noch mal lesen also 100 millionen extra hilfe für die ukraine in dollar 12,1 billionen yen das hat den russen halt nicht gut gefallen deswegen haben sie jetzt die verhandlungen abgebrochen die seit jahren laufen wegen diesen inseln die anscheinend sehr sehr wichtig sind aufgrund von rohstoffen wie es halt immer so ist ist ja das gleiche da unten im syrien krieg da geht es ja auch um den mittelmeerraum wo alle schön brav sich an dem gas beteiligen wollen den ganzen gas vorkommen im mittelmeer mehr und syrien ist da halt so ein faktor und libanon libanon wurde ja mit dem anschlag quasi erledigt neue regierung und dann läuft alles wie geschnitten brot japan wird noch richtig spannend sein das muss man beobachten wie gesagt das ist bezeichnend und schockierend dass es halt in den mainstream medien null interesse zeigt es bringt halt keine klickzahlen und dann haltet man halt lieber die fresse und zeigt 50 mal selenski ja in seiner besten rolle als schauspieler dann bis zum nächsten mal